Aber wenn wir noch zwei leben. So. Alles auch nicht mehr. Doch, eins, wo ich das Level gemacht habe. Der ist mal weiter im Wasserlevel. Mimimimi. Mimimi ist... Ne, der ist auf YouTube unterwegs. Mimimi. Ja. Ja, das Du eigentlich von Böhmermann wäre fake. Sicher. Ah ne, ich mach jetzt das so. Mal gucken, ob Du das schaffst. Ne, ich glaub nicht. So glaubst Du nicht. Wie ich schlecht bin. Da wo zuerst ran. Du wirst kein Leben haben. Ah. Egal. Ah. Moment, ist das das andere Ding? Ach, aber wenn Du es so rum machst, dann kriegst Du so ne Blume. So ne Blume. Andersrum kriegst Du dann die Feder. Weiß ich nicht. Ich hab das so andersrum. 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 Ja. Ja, das ist ja halt andersrum. So. Jetzt gehen wir noch da hinschauen. Ja. Jetzt gehen wir noch herzenslebensguten werden an. Ah ja. Ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch. Ich. Sag's, wenn du aber bist, finde ich. Ja. Nein. Und bist. Weg. Weg. Ist irgendwie hoch, ne? Was ist da? Irgendwie. Nur mal mit dein Geräusch, dann. Ah, mit Pflanze ist, glaub ich, also mit Blumen ist, glaub ich, einfach. Ja, weil du die abschließen kannst, alle. Ja. Weg, Schnapperinon. Ach shit, das ist kacke. Oh, wo bist du denn langgegangen hier? Ich bin da unten lang. Da lang? Ja. Bin ich noch anders lang? Boah, ich hab halt die Feder gehabt, ne? Ja, lass die Feder. Ja, da drüben. Ist noch ne Röhre. Äh, sch... Da hinter ist noch ne Röhre, du musst das mal unten, die Blöcke hinmachen. Na, warte mal. Wenn du da nicht abschmieren willst. Wenn du da nicht abschmieren willst. Wenn wir hier lang. Mach mal. Du kommst aber nicht rüber. Ja, ist klar, aber dafür muss ich nicht an dem ollen Stachelknoten-Doroster vorbei. Ja. Was mir ja da oben ging. Hättest du da auch nicht gemusst. Und dann hättest du das schon wegmachen können eben. So mein ich das. Doch klar, ich hätte ja an dem einen Typen vorbei müssen. Ja, aber du hättest da eben auch schon durch können. Egal. Ja. Zeit. Ja. Easy. Ich beeil mich ja schon. Vor allem, das war schon das Ende. Ja, siehst du mal. So einfach. Ich muss natürlich da verrecken. So einfach. Ja, so einfach. Ja, darf er sich wieder einen Pilz holen? Ich glaub's nicht. Dann gehst du in die Röhre rein. Hä? Dann gehst du in die Röhre rein. Oh, jo, 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 jo. Auch noch zwei Leben. Unverdient. Du hast voll verdient. So richtig verdient. Jo, nimm den auch noch, sicher. Klar. Schaltet ja auch alles frei. Na sicher doch. Arschloch, ey. Ja, genau. Arschloch vor allem. Ja, das S-Level mach ich fertig. Kriegst du danach ein Pilz-Häuschen. Mach ich das Level fertig. Kriegst du ein Pilz-Häuschen. Dann bin ich der Weihnachtsmann russ. Klar. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Haha. Du musst das unter Wasserlevel machen. He, 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 he. Verrecker ich das sowieso. Da war mir auch klar. Was ist jetzt schon? Was ist denn Schwimmen üben? Oh Gott, ey. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Pum. Bö. Bö. Boop, 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 boop. Pum. Bra, bra, bra. Was könnte helfen? Ich weiß gar nicht, ob gegen die Flop, gegen die Fische hilft das auch. Warte nicht. Jo. Können auch den Poppes retten. Gegen Quallen auch? Glaub ja, ne? Quattle-Lies hier. Gegen die Kleinen nicht. Fuck. Scheiße. Ich spro nicht mehr. Ja gut. Bin auch vor reingeschwommen eben. Ja, mach das auch. Boah. Verpiss dich. Ja, warum bist du nicht gerade unten? Seitdem her. Die eine Stelle. Hippi-Lapi aber happy. Joomlevers sind geil. Hm? Joomlevers sind doch was Feines. Besonders wenn die sich bewegen, ne? Mhm. Besonders so. In Donkey Kong waren das auch schon deine Lieblingslevel. Da gehen das so, aber da haben die sich nicht mitbewegt. Also den nervig gemacht. Oh mein Gott. Als ob. Ja, als ob. Ich bin so Karl-Heinz-Spiele hier. Geh weg. Ich will nicht. Da bist du. Was sind anderen? Und gleich gehst du wieder nach oben. Ja, diese scheiß Qualle, ne? Die verfolgt ja auch einen. Das stimmt. Ja. Und die Bock so zu hat. Was sind? Oh, das ist eigentlich Fettsackfisch. Keine Ahnung. Ja. Oh Mann. Wenn ich da nicht durchkomme. Oder was? Oder was? Sein Betrug. Betrug? Sagst du? Ja, sicher ist es ein Betrug. So dass das nicht funktioniert. Was war das denn jetzt? Weiß ich nicht. Geht? Warum geht der Akne für's? Du musst vielleicht auch noch ein Level weitergehen. Kann sein, ja. Du bist Heinz Rummeniggei. Ne, mein A-Knopf hing aber auch gerade wieder drin. Naja. Doch ist wirklich so. Wie schon mal. Dein A-Knopf war irgendwo anders denn im A, richtig? Ich bin vielleicht nicht lustig. Ja, ich find das lustig. Echt? Tschüss. Nein, du hast den Pilz nicht bekommen. Scheiße. Und was jetzt? Boah, Leck. Wollt ihr nicht. Upp. Loil. War mir wieder voll Standbett gewesen. Was ist das? Na, Matschi. Aber so extrem haben wir das eigentlich nie gehabt. Gott. Einmal zu Tor gedrückt. Ey, Gott musst du nicht sagen. Und mit dem Flash reicht ja auch. Weißt du, wenn wir sterben, nade ich einfach. Salatte. Naja. Den kann ich auch den benutzen. Kannst du auch machen. Ich bin ein Hammer, Mann. Ich bin ein Handwerker. Ich bin ein Handwerker. Okay, dann kannst du auch damit gehen. Ich bin ein Handwerker. Ich bin ein Handwerker. Bisschen Quatschkopf. Oh. Egal. Egal. Ja, mein Gott. Man kann nicht alles haben im Leben. Sagst du? Mhm. Eine Mario-Weisheit. Ja, ja. Besonders bei Mario, ne? Guck wie der schwimmt. Mit seinem kurzen Ärmchen. Ja. Binden wie so eine Meere und nix. Und hauptsache der dicke Bauch voraus. Ja. Boah ey, wie soll man das da eigentlich so heil durchschaffen? Keine Ahnung. Als ob ich da an diesem Penöpel drankomme. Ja, bist du doch gerade. Ach so, Kölben, mach Klatsch. Mein Kopf dagegen. Mhm. Na, war ja nicht mit dem Bauch voraus. Guck mal, hab ich auch noch. Einfach verwenden. Wenn einfach vor Ballern. Ja, mein Gott, lad ich neu, haben wir wieder. Ja, klar. Ja, klar. Man kann ja nicht hin alles in Mario haben, ne? Ja. Das stimmt. Was, du hast einen Knall? All das war mir immer schon klar. Dass du einen Knall hast, war klar. Nee, 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 nee. Du musst auch passen. Okay, wir haben... ...drei Uhr. Ich hab nur, ich hab noch ein bisschen Zeit. Ja. Ja. Schanamnamnam machen muss. Schanamnam? War ja klar, dass ich irgendwie wieder sterbe. Ein Leben hab ich noch. Wann musst du denn überhaupt los? Was bloß? Wann du los musst. Äh, ja gut, zu 18 Uhr wollte ich mich fertig machen. Also, ich wollte schon eher zu 5. Ich bin zuhaarisch. Äh, kack, ding. Tschüss. So wie bei mir. Ja, ich... Aber die ist doch noch grad da. Wann hast du Glück gehabt. Ja. Weißt du ja mit dem Glück, ne? Du mir ja auch. Vor allem haben wir ja von Esther drüber geschrieben. Oder miteinander geschrieben. Deswegen. Manche Leute haben Glück, manche Leute haben nicht. Nee, nee. Ja, hau doch ab! Geh weg! Du bleibst wieder klein. Geh jetzt, bleib im Fertzack. Ich bleib oben. Hallo, ich seh nix. Ich hab zwei da geschafft. Es gibt's bestimmt wieder weiter höher, gleich. Oh, noch zwei Stück. Nee, nee, es geht wieder runter. Okay. Ah! Ah! Ich schrei nicht so. Fert Gesicht. Oh, ich muss da nicht durch. Ich muss da durch. Nee, du musst unten lang. Oh, der pupst. Ah, ja. Der pupst. What a blue place, yeah? Oh, du kannst mich mal verabschieden. Oh, der pupst, der pupst, der pupst. Ach was. Easy. Easy. Nach wie viel Mal sterben? Ich zweimal auf jeden Fall. Hat der Meister das wieder gezeichnet, wie's funktioniert? Hat er? Und? Da. Was eigentlich? Was? 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 Was war denn die fette Pflanzer-Egel? Hm? Was war denn die fette Pflanzer-Egel? Hm? Bestimmt so'n Zwischen-Level. Komm- Oh, das komische Zwischen-Level. Scheiße. Oh Gott, ey. Ach, du Kacke. Na gut. Ich weiß, dass ich da jetzt nicht raufgehen werde. Boah, ist klar. Was für Lacks da aber, ne? Hm. Ist das nicht so. Nacht. Deswegen hau's sich also ungern über Machi, weil Skimi momentan, also nicht mehr, nicht mehr das Beste ist. Hm. Was immer Tunnel nicht sowieso besser? Was? Tunnel. Nochmal. Ob Tunnel nicht sowieso besser war? Ja, möglich. Aber ich bin ja kein Hellseher. Ich glaube, wir haben das ja schon mal probiert, aber irgendwie Probleme gehabt. Jetzt auch wieder. Ja, jetzt auch hier. Wir müssen ja mal in aller Ruhe gucken. Okay. Na wo lang musst du jetzt? Ich weiß noch nicht. Geh auf die Richtung. Okay. Ich weiß noch nicht alles, was geht. In welchem Block oder ne Plattform? What? Gott, ey. Uiuiuiui. Ba, ba, ba. Hätte auch gerne eine Feder sein können. Mhm. Wäre mir lieber gewesen. Bitte. Da war's doch nicht. Hä? Hä? Ich bin jetzt ein bisschen verriert. Oder musst du da wieder lang? Bitte, wann das lang muss? Von da bist du gekommen. Vor allem die Blöcke gehen noch kaputt. Ja, aber ich habe keine Feder. Ja, die kannst du doch so rausnehmen. Nee. Boah, leckt das grad. Geht nicht? Al... Alter, ist das am Längen. Ja, genau. Übertreib doch. Von solchen Gründen hast du hier, Hamachi. Hm. Ja, Hamachi. Mach ruhig weiter. Jetzt steigert sich mir auch mein Ping. Der ist glaub bei 2000. Ja, das sehe ich grad. Und ich habe nichts anderes, was nichts abdehnen könnte. Ja. Oder ist wieder irgendwas angesprochen? Ganz kurz. Ja. Ja. Wie war das? Ja. Eben updated ab und zu. Ja. Wo ist das noch? Ja. Und dann ist voll die Riesen-Sex gewesen. Hat das... Komisches Level. Ja, das geht auch nicht. Hm. Ja, schönes Spiel, aber ich weiß nicht wo ich hin soll. Ja. Ich komme da oben nicht durch die Röhre durch. Äh, kommt noch nicht. Warte mal. Ich habe da jetzt... Okay, jetzt eine Feder? Ja. Blumen. Hm. Komisch. Das wäre jetzt irgendwie... Hm. Keine Ahnung. Aber der wird jetzt echt kein Plan. Nö, nö. Ich auch nicht. Da musst du erst die Pflanze kaputt machen. Wo du warst. Aber das Level wäre doch... Wäre ein bisschen doof, wenn er erst das eine Level da machen muss. Mit der Pflanze? Ja. Das wäre... Normaler müsste. Ich glaube man das erstmal machen muss. Hm. Ist ja katastrophal. Ich glaube ich weil das Level behindert ist. Kannst du jetzt immer rein und raus gehen und Münzen sammeln. Was soll das hier? Ja. Hier seit ich habe keine Ahnung was zu wissen. Ah, tschüss. Hm. Dein Abend. Ah, ich vermute aber dass du vielleicht die Pflanze machen musst. War ja so richtig scheiße. Ohne.